ginderberg meine freunde was geht ab heute spielen wir weil ich einfach content brauche und ich weiß nicht was ich hochladen sollte wir spielen scribble scribble ist easy kennt jeder man zeichnet was der andere muss erraten was man zeichnet und ich habe bock auf random lobby deswegen gehen wir jetzt einfach mal in eine random lobby rein so oha familie weiter buchstabe a fader will ich englisch ist so raus was was soll das sein blond kopf am kind familie es ist englisch really eh eh oh fisch fisch bonbon 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 aller aber gut gezeichnet muss ich ehrlich sagen und warum man muss man auch erst mal so zeichnen können bonbon er schreibt bonbon bonbon junge man sollte gar nicht für euch gabel das ist schon heftig wie das man eigentlich sein kann so ich muss die tastatur sehen warte mal arm an arm armband boom war gut war gut bin gut gerade alter bin nachgejoint ja anzug ich bin so dumm nein jemand schreibt doch ich schreibe jetzt doch einfach doch haha kann gut zeichen kippe oha er kann echt gut zu junger das kann man nicht wissen alle was soll das sein generator oha voll gute vulkan zweiter buchstabe da ha 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 fabrik ja fabrik ist es fabrik fabrik er schreibt fabrik fabrik digga fabrik war richtig aber er meinte fabrik Er schreibt Farbeik, Junge, ey, so ne, oh, Alter, das hier sind teilweise solche, na, netten Menschen, echt. Augen, sind das Augen? Das erinnert mich irgendwie am Bart. Wie heißt der, wie heißt der, wie heißt der, wie heißt der, Hübdiger, ähm, Redman oder so, nein, wie heißt der nochmal, fuck. Pac-Man, nein, man, wie heißt der Typ denn, Digga, bin mir so sicher, dass das ist. Pac-Man? Ray-Man, ich dachte, das ist Ray-Man, erinnert mich ein bisschen an Ray-Man, aber ist das nicht. Laut, Freien, Wanger, Glücklich, keine Ahnung, was er da zeichnet, Junge, was soll er sein, genau. Bus. Ein Verb vielleicht. US. Duschen. Ja, ich war gar nicht so böse. Husten. Husten war gut, ey. Lustig. Er schreibt lustig. Aber, ja, so schlecht war das gar nicht gezeichnet, das ist halt lustig, so, hier, jemand, der redet und der lacht. Hand, einfach mal Hand schreiben. Gelb, was ist gelb, was ist gelb, vier Buchstaben, gelb. Fisch, aus. Oha. Oha, er macht ernst. Gelb und vierhäckig, hä? Käse, Käse, ey, ich will Käse schreiben, Käse. Ne, ja, ja, gelb. Ich hab doch gelb geschrieben wollen. Hä? Was soll es sein? Geld. Gold. Nein, nein. So, Buch. Und was soll das sein? Buchfinder. Bücherwurm. Bücherwurm. Ich bin's aller. So, Digga, ich würde sagen, ich bin kein Bücherwurm. Und damit bänden wir die Aufnahme.